Hallo Schiris, hier ist Timo. In YouTube tue ich mehr Fehler von euren Schiris, wie ihr dann seht. Keine Technik auch nicht genau hin drückt. Ich will niemandem entschuldigen. Leute, lasst sie gar nicht. Eure Fehler so ausübelt, eine Faure in Deutschland Schiris, DFB-Jiris, wenn sie es nicht erstnimmt. Leute, so darf sie gar nicht Absichten voll lassen. Das musst du deutlich pfeifen. Du tust den meisten Kunden dahin und du willst nichts. Ich will niemanden unterstellen. Ich glaube, wieso es nimmt keiner ernst, oder? Wieso es erstnimmt, alle Dolphere pfiffen. Ich habe das Verlottet gesehen. Ich habe abgefiffen. Und du unterschiedlichst mal nicht ernst euren Beruf. Guckt genau hin, was es jetzt ist. Und wenn du spielst nicht über die Linie ausschließt, ist es tatsächlich unsportlich. Bitte genau hingucken. Schritt und Schritt. Absprechen, absprechen mit eurem Helo-Device. Immer absprechen. Nicht in der Wüsten drinnen. Nur selten. Nicht immer öfters. Das ist auch eine Teamarbeit. Reiß auf mir zusammen und mit Teamarbeit genau zusammen. Das wäre kein Verpfiffenwert. Das kann ich so sagen.